So, Willkommen zurück. Ja, schaffen wir noch eine Stunde. Schaffen wir noch eine Runde. Ah, ja. Es ist schwierig. Ein bisschen Emote Spam. Ja. Versuchen wir mal ein bisschen weiter zu kommen. So. Ich weiß nicht mehr, ob ich die Stunde noch durchspiele. Eigentlich würde ich um 21 Uhr noch mit den anderen spielen. Gut. Es ist ein lustiges Spiel, das will ich gar nicht sagen. Das macht schon. Okay, da müssen wir noch mal runter. Ähm. Macht schon Spaß, macht schon Spaß, aber es ist anstrengend. Es ist enorm anstrengend. Das einige Stunden auszuhalten ist so ein bisschen... ...irgendwann doch belastend. Steht doch was für meine... ...irgendwann spielen wir das jetzt schon fast zwei Stunden. Ist dann doch ein bisschen was anderes als Lego Harry Potter. Ja. Vom Anstrengungsgrad her. Also... ...muss man schon sagen. Es ist schon... ...eine andere Sorte. Ach du Schreck. Ich verstehe wie wir da reingekommen. ...eine andere Sorte. ...eine andere Sorte. Ja. Oh man, muss man auch ein bisschen um die Rips anstrengen. Kleine Rips braucht man zum nächsten Checkpoint. Verdammt. Na komm. Letzte runter Checkpoint. Jetzt müssen wir so von unten dran und dann nach oben. Ach du Scheiße. So soll das was werden? So kommen wir da nicht lang. Aber wir müssen wahrscheinlich vom Brett abhauen. Vom Brett runterrutschen. Das wäre eine Möglichkeit. Ah nein. Nicht V drücken, sondern mit D vom Brett runterlaufen. Satz mit X. So, sehr gut. Ach du Scheiße. Das sind ja Checkpoints. Ach hier sind wir jetzt. Warum da so viele Checkpoints? Ich wollte gerade sagen, hier kommt man ja recht durch. Ähm. Das sieht nur leicht aus. Wenn ich richtig abspringen würde, dann wird man auch hier getroffen. Wie bin ich da rüber zu mir vorgekommen. Das hätte so geklappen können. Das hätte so geklappen können. Das ist nicht unmöglich. Das ist unmöglich. Das war doch geklapp. Das könnte abspringen. Aber sogar so schräg rüber. Die Rätsel schlaufen dann auch ziemlich. Das ist ja wirklich. Uff. Uff, das ist natürlich die beste Bezeichnung. Dafür in der beste Beschreibung. Das ist die Fälle hier auch immer gegen. Gegen dich arbeiten. 10 Dollar Sings. Der ist da auch wieder. Die nahen Räume sind immer so ein bisschen versprachend. Nicht immer, aber manchmal. Oh, da muss man doch schnell reagieren, hier. Jetzt können wir auch hier durchspringen. Und jetzt können wir das schaffen. An die Seite kommen, hier. Genau so. Und jetzt durch. Sehr schön. Check the points. Nach oben oder nach unten? Nach oben. Ich komme nach oben. Ich muss das mal hier falsch laufen. Ach du Schreck. Das muss hier passieren. Ich muss da schaffen, während ich die Außen sind. Das muss hier auch schneller gehen. Ach du Schreck. Das muss schnell gehen. Das muss hier auch schneller gehen. Ich darf hier nicht nachgedacht werden. Ganz schnell, ganz schnell durch. Knappe Sache. Ich muss schnell durch. Und jetzt schnell durch. Und jetzt schnell durch. Hier sind wir jetzt hier angekommen. Hier sind wir jetzt. Ach ja, stimmt. Hier ist der Geist. Das muss ich hinten bleiben. Ach, der kann sich auf den erst bewegen, wenn das Ding vorhin weg ist. Achtung. Okay, ich weiß nicht, ob wir hier noch richtig sind, aber... Müssen wir jetzt vertrauen, dass wir hier richtig sind. Pac-Man. Risiko Pac-Man-Ghost. Da müssen wir in die Mitte dran. Ach du. Müssen wir uns schnell entwägen und dann hier schnell in die Mitte ran. Knappe Sache. Ich muss mal gucken. Morgen spiele ich ja nämlich wieder neben Harry Potter. Ja, nein. 5 bis 7. Wenn ich spielen. Ist da dann wieder nötig, gibt es hier zu schauen. Dann können wir weiter streamen. Aber bis jetzt die Woche dann wieder so läuft. Und war dann hier wieder... Wenn ich dann wieder 0 Zuschauer habe, morgen beim streamen. Dann werde ich die Konsequenzen für den Twitch-Kanal ziehen und mal ein bisschen runtergehen. Denn es ist logisch, dass es wenn eh keiner zuschauen will, dann gibt es nicht mehr 5 Streams in der Woche. 5 6 Streams in der Woche. Stream ich nicht mehr jeden Tag in der Woche. Das macht hier keinen... Wenn mir konsequent keiner zuschauen will. Gegen die Wand streamen muss ich ja... Für meine eigene Belustigung. Kann ich auch während des Netzplais aufnehmen. Ja, gut, ich werde Deponia spielen. Äh, Deponia Dummste. Ich bin auch in der Zeit, in der ich so ein Streamer kann ich hier. Wie soll man denn da jetzt rüberkommen? Das kann ja nichts werden. Okay, vielleicht ist es mir gelangt. Instinktiv richtig. Check the points. Uff. Ich glaube, da müssen wir lang. Ja, da können wir am nächsten aufstehen. Und dann müssen wir auf der anderen Seite. Ach du Scheiße. Ich glaube es ja nicht. Ja, dann runter an die andere. Und dann dann stehen bleiben. Ganz ruhig. Also prinzipiell immer nur über zwei Zacken und dann unter ihn, unter ihn, unter ihn, unter ihn, unter ihn. Verstehe. Verstehe, wie es läuft. Erster Sprung nach rechts. Und jetzt hier bleiben. Erster Sprung nach rechts. Und dann, rechts hoch bleiben. Ui. Sieht alles leicht aus als das. Das sieht verdammt schwer aus. Ja, wie gesagt, das sieht leichter aus als es ist. Sieht alles leicht aus. Und jetzt sehen Sie das immer leichter aus. Das sieht als Zuschauer, wie das immer leichter aus als es wirklich ist. Und jetzt sehen Sie. Untertitelung des ZDF, 2020